Guten Morgen, Trader! Heute wartet der 33. Handelstag im neuen Jahr auf uns, denn es ist Dienstag, der 16. Februar 2016. Aktuell ist es 6 Uhr und 56 Minuten. Wenn ich so aus dem großen Fenster aus meinem Büro rausgucke, hier im Norden wird es ja früher hell, werden die Silhouetten der Bäume deutlicher und ich könnte mir einbilden, ein paar Wolken am Himmel zu erahnen, während der DAX vorbörsentlich bei 9.250 Punkten taxiert. Wir hatten vielleicht, erinnern Sie sich daran, miteinander darüber gesprochen gehabt, dass wir hier beim DAX über den Wochenchart eine fallende Trendbeckgrenze-Linie haben. Wenn wir sie kopieren und das letzte Tief setzen, hier haben wir eine potenzielle Unterstützung. Auf Wochenschlusskursbasis haben wir eine horizontale Unterstützungszone, doppelte Unterstützung plus wir haben neben dieser fallenden Linie, die wir auch über die Woche sehen können, über den Tag eine steilere und kurzfristigere Linie und wir bilden hier eine mögliche bullische Keilformation und dass der Markt das Potenzial hat, hier Unterstützung zu finden. Spätestens nachdem nämlich das hier passiert war, hatten wir gesagt, wenn der Markt noch einmal in Richtung 8.800 zurückkommt, das hat er dann gemacht, wäre es eine sehr interessante Unterstützung und dann eine Bewegung hier in Richtung dieser Widerstandszone wahrscheinlicher. Okay, der DAX macht das. Wir hatten auch miteinander darüber gesprochen gehabt, dass unter anderem auch der MDAX zuletzt, das kommt jetzt der Future, verzeihen Sie bitte, dass der MDAX ebenfalls, wenn man sich hier die Woche anschaut, im Bereich einer wichtigen Unterstützung ist, und auf Wochenschlusskursbasis hier altes aufsteigendes Dreieck, dass wir nicht weit weg sind vom Dach und dass deswegen bei einem überverkauften Markt, der über 20% gefallen ist oder an die 20% seit Anfang des Jahres, man hier deutlich eher von einem Pullback ausgehen kann. Okay, wir hatten aber auch gesagt, dass diese Keilformation, die wir jetzt im Tag gebildet haben und nun an der oberen Begrenzung angekommen sind, noch gar keine Bestätigung bekommt. Wir hatten auch hier gesagt, ja, viel Unterstützung, überhaupt, überhaupt keine Zeichen von Bullen. Okay, wir kriegen jetzt unser erstes Zeichen von den Bullen. Vielleicht täusche ich mich. Was mir auffällt ist, als der DAX hier war, war die Stimmung extrem schlecht. Also alle warnen sich eigentlich, wir machen die 8300, so ungefähr kam mir das vor, oder die 8000. Und jetzt ist, vielleicht habe ich auch eine falsche Wahrnehmung, jetzt ist mir die Stimmung schon wieder viel zu bullisch. Ach ja, der Boden ist da, jetzt könnten wir, jetzt könnte es wieder nach oben gehen. Und jetzt rufen alle nach zwei weißen Kerzen und einer offenen Lücke den Boden aus. Das ist mir zu früh, Freunde. Das ist mir zu früh. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, so ganz kurzfristig. Ganz kurzfristig. An dieser Zone vorbei wird schwierig. Es ist hier sowohl auf Schatten, als auch auf Schlusskursbasis eine wichtige Zone gewesen. Und die haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal getestet und sind durchgerutscht. Jetzt kommen wir an den Widerstand. Okay? Dazu haben wir die obere Begrenzung des Kais. Zwei Widerstände. Dazu haben wir die fallende 20-Stunden-Linie. Also das ist, das ist, der wartet ganz schön viel Widerstand auf uns. Zwischen 9,320 und 9,450 wartet ganz schön viel Widerstand auf uns. Selbst wenn wir so ein bisschen drüber gehen sollten, trotz der offenen Lücke, wartet viel Widerstand auf uns. Ich sehe gerade kein Setup, was ich unbedingt auf der Short-Seite taten kann. Wenn der hier oben, weiß ich nicht, über den 10er eine Trendumkehr macht oder über den 15-Minuten-Chart mir eine Trendumkehr anzeigt, dann könnte das interessant sein. Ich rede hier nicht von irgendwie, ich will 10 Punkte haben. Ich rede darüber, dass man wirklich versucht, Formationen zu taten. Das muss sich dann natürlich erstmal eine bilden. Und jetzt ohne Information kann ich nur sagen, okay, fallen wir unter das Tier von gestern. Das ist ein Verkaufssignal. Spätestens wenn wir unter die 9,1 fallen, stärkeres Verkaufssignal, dann die offene Lücke hier am dransten. Im Bereich von, wo haben wir sie denn, 8.970 Punkten. Wenn wir das nicht halten können, dann können wir natürlich auf das Dach aufsetzen. Okay, also kurzfristig sind wir am Widerstand. Der Markt kann aber auch, zum Beispiel, hier seitwärts aus dem Kahl rauslaufen, ein Pullback machen und dann, für den Fall, dass wir diese Widerstandszonen aus dem Weg räumen sollten, ist die trendbegrenzende Linie Ende Januar, verzeihen Sie bitte, Ende November, Anfang Januar. Die ist dann aktiviert worden. Auf Wochen-Schlusskursbasis, bevor ich das vergesse, zeige ich Ihnen das gleich, ist die 9,5 jetzt eine große Widerstandszone. Moment, so, hier. Also es geht nicht um das da hinten, sondern es geht um das hier. Unterstützung, Unterstützung, durchgefallen. Das ist jetzt die 9,5 auf Wochen-Schlusskursbasis eine potenzielle Widerstandszone. Okay? Bedeutet für mich, kurzfristig, jetzt meine Meinung, Achtung, steht noch nicht im Chart, schwierig hier durchzukommen. Pullback, okay, möglicherweise dann nächste Welle, dann durch diese Zone durch, dann kann es im Tageschart auch mal ein bisschen höher gehen als 9,5, 9,650, 9,750, 9,7, weiß ich nicht. Dann nächste Widerstandszone, auch auf Wochen-Schlusskursbasis. Das wäre aus Sicht der Bullen gesprochen optimal. Von hier aus könnte, gibt es zwei Varianten, der DAX nochmal hier in diese Richtung laufen. Sozusagen auf dem Dach des Keils. Dann könnte das auf der bullischen Seite wieder interessant werden. Der nächste dann wieder etwas stärkere Welle. Oder der Markt geht direkt durch, das weiß ich noch nicht. Darüber müssen wir uns unterhalten. So oder so. So oder so. Falls der mal DAX irgendwann, wie auch immer, anfängt nach oben zu laufen. Falls der irgendwann bullisch nach oben läuft. In Richtung 10,2 oder was auch immer. Leute, solche Bewegungen tun nochmal weh. Solche Bewegungen tun uns nochmal weh. In Richtung der Tiefs wird es dann immer noch wahrscheinlicher sein. Und dann haben wir viel mehr Informationen, wenn es darum geht, so ganz längerfristige Positionen eingehen zu wollen. Und bitte macht euch folgendes klar. Eine Sache ist nach meinem Dafürhalten noch nicht entschieden. Wir können diese Keilformation bullisch auflösen, hier rumdümpeln und dann können wir hier eine Low Base bilden. Über die Woche kommt keine Stärke auf und dann kommt die nächste Welle. Und dann kann tatsächlich die 8,3 kommen. Wir wissen es nicht. Wir können nicht aufgrund einer weißen Kerze und einer offenen Lücke jetzt den Bullenmarkt ausrufen. Knapp unterhalb von wichtigen Widerstandszonen. Sondern es galt hier nach meinem Dafürhalten ein Bear Pullback über die kleinere Zeitanhalt zu traden. Und jetzt sind wir gerade an Widerständen. Additiv etwas auf der bullischen Seite. Nach meinem Dafürhalten schwierig, nachdem der DAX in einem sehr sehr bärischen Markt in der Spitze. Bitte nicht vergessen, schon wieder 600 Punkte gemacht hat. Jetzt sind wir am Widerstand angekommen. Alles weitere hatte ich Ihnen gezeigt. Kurzer Blick auf die Allianz Wochenchart. Ich zeige Ihnen einen Wert von den... Boah, einige Werte waren das. Die Mentoschüler meinten, uns rauchen die Köpfe. Ich weiß gar nicht warum. Habe ich schon sehr zu viel geredet. Wir haben gestern uns Werte angeguckt im deutschen Markt, im US-Markt. Und es ging gar nicht darum, dass man sich die Werte anguckt. Sondern wie man in dieser Marktphase eine Strategie für sich entwickeln kann. Und wenn es darum geht, dass man Unterstützungen kauft. Für alle Mentoschüler, ich werde gleich die Aufzeichnung auf der Seite hochladen. Könnt ihr euch gerne natürlich anschauen. Ist nicht öffentlich zugänglich, ist nur für unsere Mentoschüler. Wenn Sie sich für das Mentoprogramm interessieren, blende ich Ihnen Informationen dazu ein. Also, Allianz, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Dazu Horizontalunterstützung. Hier Widerstand, hier Widerstand, hier Unterstützung, hier potenzielle Unterstützung. Wenn man sich vom Tief zu hoch die Fibonacci-Marken anguckt, wir sind im Bereich der 38%. Wenn man sich hier in Fibonacci anguckt, sind wir knapp unterhalb der 61,8%. Bedeutet auch, von dieser Bewegung, wir haben sogar ein bisschen mehr gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt von hier aus so ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, dann noch ein bisschen höher, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen tiefer, dann geht es in Richtung 200, kurzfristig unwahrscheinlich. Also, so wie der hier aussieht, der braucht eine Konsolidierung, selbst wenn er bullisch werden will. Aber, Moment, gleichzeitig Unterstützung, 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 bärisch aufgelöst. Dazu horizontale Zone, bärisch aufgelöst. Das heißt, wenn der Markt irgendwann mal was Bullisches machen will in Richtung 137, alles kann passieren. Wir müssen uns immer wieder klar machen, alles kann passieren. Es ist nur unwahrscheinlich, dass wir durch diese Zone 137 bis 140, mir nicht durchwandern werden. Wenn eher wahrscheinlich ist, dass der Markt von hier aus nochmal in Richtung dieser Tiefs zurückkommt. Da können wir uns den ganzen Index anschauen, können uns den Markt anschauen, können gucken, wie ist die Gesamtsituation und ob dann diese Zone für uns interessant werden könnte. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Silvio wird nachher nicht für Sie da sein. Gestern waren ja die US-Börsen geschlossen. Dafür gibt es heute Abend wieder eine Rohstoff-Tagesausgabe. Wir gucken mal, was eigentlich gerade mit Gold passiert. Da haben wir übrigens auch eine Position bei uns über die Trägerliste auch auf unserer Homepage aufgebaut. Und Tom hat eine sehr schöne Devisenausgabe gestern Abend rausgebracht. Zu Euro-Dollar, zu US-Dollar, japanische Yen. Passt auch. Die sind ja auch korreliert zu den Indizes. Zu dem, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Können Sie sich anschauen, wenn Sie das interessieren. Und heute Abend gibt es natürlich dann die nächste Devisenausgabe. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Mein Name ist Hamid Asnashari.